Liebe Freunde, hier im Gebiet und weit vom Aufprall des Tunguska-Meteorits, die Heroen des winterlichen Traktorfahrens reisen sich zur weitere Epoche des Dranges nach Ostern. Hier bin ich gekommen von München Richtung Plattling und dann weiter Deggendorf bei Scheißenstein und dann weiter Richtung Schüttenhofen, die Burg Tachsberg und nun erlauben Sie mir das Gerät anzuschalten und weiterzufahren. Der Weg ist weit. Also, im Moment, da kommt der Experte.